was geht ab freunde nacht und herzlich willkommen zurück zu battlefield 5 der story wolf und hund ja so hier sind wir selbst mal stehen geblieben mal hier ein bisschen um ein bisschen wärme hier wieder es ist auch so kalt draußen geworden es ist einfach so kalt geworden so da 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 müssen wir da machen wir noch mal mit schien oder let's go aber dürfte richtig sein hier oder das dorf aussteigen aussteigen gucken wir uns mal kurz hier um da ist der alarm ja das ok ja 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 Das war ein Alarm, oder? Dokumenten er nevnte noch um unter Bakken. Takk. Alarm aus. Das sitzt nachher unten irgendwie. Noch mehr? Hier noch ein bisschen Munition. Oh shit, hier brennt jetzt. So, ab auf den Chian und los. Oh, können wir auch über Eis mit den Tieren? Ah, anscheinend schon. Ja, das ist ja dann einfach, also was heißt einfach? Aber so kommen wir natürlich außerhalb ganz gut voran. Wir sind natürlich jetzt schon mittendrin. Okay. Aber das wird doch bestimmt nicht so einfach sein, oder? Gehen trotzdem mal einfach rüber. Können wir da hoch? Nein. Shit. Das wäre auch wirklich zu einfach gewesen. lauf einfach mal außen rein vorbei. 64. Ich gehe mal hier hoch. Ja. Da hinten geht es ja auch wieder runter, so wie es aussieht, oder? Willst du mich verarschen? Was soll das denn jetzt, bitteschön? Das ist doch verrückt. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum müssen die Leiter nach da oben, wenn ich da nicht lang gehen kann? Die Rechte ignoriere ich einfach mal. Ich bin ein bisschen entsetzt. Was war das denn für eine Logik jetzt? Gehst da hin und fällst einfach runter. Das war's dann. Zack, Ende. Alter, wie das hier aussieht, ne? Es dauert nicht mehr lange. Hier ist jemand! Shit! Lauf, lauf, lauf! Runter! Oh shit, ey! Was war das denn? Leute, was ist das für eine Logik? Okay, das war mein Fehler mit dem Messer, aber was ist da passiert? Haben die auf die eigenen Leute Granaten geschmissen, oder wie? Okay, das war's. Ich habe die Leute Granaten. Der gibt es wahrscheinlich auf den Weg. Was war das? Was war das? Da war's. Da war's. Okay, dann bin ich. Das ist ja okay. Die Jaale Kinder, Und ich bin. Okay. Wie ihn das nicht interessiert hat, ne? Oh, ohne Deckung, ohne alles. Einfach mal mitten durch, ja. Gehen wir mal nach hinten. Oder nehmen wir erst das hier vorne. Gut, dass du nicht gebackt hast. Ein bisschen buggy das Spiel grad. Ja, Feuer in der Rakete hat, genau. Nein, Granate! Muss das Schiff nur kaputt machen, oder? Was heißt nur? Schon wieder so ein Bug. Da werfen wir eine Granate. Wie backen die denn rum? Wie viel ich da kieren willst. Okay, das war schon alles? Ich hab grad, ich müsste irgendwas in die Luft sprengen. Deckung. Nachladen. Heilige Makrele, man! Dann. Okay, so einfach kommen wir da nicht rüber. Okay. Endlich. Endlich, dieser scheiß Medi-Kartot. Und dafür schlägt er jetzt Alarm. Shit. Ich hab euch verbunden! Nö! Was ist das jetzt hier? Oh, oh! Oh! Was? Okay, ist er weg hier! Okay, okay! Mein Gott, ist das ein wahrer Weg! Heieiei, ich will mich gar nicht umgucken! Okay, passiert nichts! Ich hab gedacht, da werden jetzt auch welche auf dem Weg hierhin direkt! Aber zum Glück nicht! Was soll ich denn hier ausspähen eigentlich? Oh, hm, hier sind zwei Bunker! Oh, okay! Zack! Oh, was für ein Headdy! Skifahren und zerstören! Der normale Alltag bei Battlefield 5! Ein wenig Skifahren, danach ein bisschen töten! Und nebenbei! Den Bunker zerstören! Komm, du! Oh, wie hat der denn geschrien? Haben wir jetzt von da welche oder was? Das war's schon? Mein Gott! Hier wird's aber ein leicht gemacht! Nee, ich bin zu viel mit den Sachen, die ich hab! So! Hallo! Keiner da? Was ist hier los? Hallo! Ich hab mich verlaufen! Helft mir! Oh, nein! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das schwere Wasser geht nach Deutschland! Was ist schweres Wasser? Ich versteh das nicht! Darf ich ihn töten? Muss ich was sagen? Nö, das macht sie alleine! Das war's denn komplett! Okay! Ich hab' nicht gelobt, mich nicht böse! Oh, shit! Boah, dann bricht doch bestimmt gleich das Eis oder so, oder? Ja, moin! Was willst du denn da machen? Was will ich denn da machen? Okay, dann machen wir aber hier einen Cut! Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten! Letzte Folge habe ich ja total den Abgang verkackt! Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Supportet das Ganze! Bis zur nächsten Folge! Wieder, ciao!